Synchron-Einstieg! High-Five! Du hättest ja auch... Da war ein Sniper, oder? Ich hätte ihr auch die Birne wegballern lassen können, aber ich bin ein Mensch mit Gefühlen und Empathie. Hat es dir leid getan? Dass ich sie gerettet habe? Was ist das für eine Logik? Dass du sie in das Wasser geschubst hast. Hä? Ja, nein. Melody, wirklich, so langsam gehst du mir auf den Sack. Können wir zu einem nächsten Kanal fahren? Warum? Wir können, by the way, unsere Maskierungen abnehmen. Okay. Du bist der Einzige, der noch die... Egal. Scheiße. Und du bist dir wirklich sicher, dass das Haus dann noch ihr gehört? Ähm, das Haus weiß ich jetzt nicht, aber die hat 100% gesagt, die hat noch ein Haus. Haus, nicht Wohnung. Haus. Indem sie lebt. Jo. Ich hasse Leute, die so undankbar sind. Ja, ich hasse auch Undankbarkeit. Jonathan, hast du denn eine Bleibe? Eine vorübergehende Wohnung von Poppy. Und du bist dir sicher, dass sie nicht die Schlösser wechselt? Ich werde als erstes hin und die Tür zu halten. Ähm, mal... Ich kann euch auch reinlassen, dann könnt ihr dort pennen, dann machen wir Schichten. Wollen wir uns nicht eine eigene... eine Geheimvilla kaufen? Eine Geheimvilla kaufen? Du willst auf einmal... Du willst eine Geheimvilla kaufen? Ja. Ja, okay, dann kaufen wir jetzt eine Geheimvilla. Ähm, ja. Wie viel Geld habt ihr? Also ich hab 110.000. Was? Ja? Ja? Ja, ich fast. Wir sind ja auch transparent, oder? Wir können dann gucken, was wir alles hinbekommen. Okay. Ich hab 5.000. Was? Wirtschaftsrise. Warum hab ich so viel dann? Ich hab keine Ahnung. Das ist krank. Warum? Und ich hab zwei vollaufgetunte Autos. Ich hab ein Leihauto. Ach, das ist echt bitter, Petro. Dann solltest du arbeiten gehen. Jonathan, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Alles in Ordnung. Danke. Petro? Warte mal, Petro? Ja? Sag mal, bist du nicht im Rollstuhl? Nee, aber nur 48 Stunden insgesamt und die sind vorbei. Ach so, geht's dir wieder besser? Ja. Okay. Ich mach Physio. Hm. Ja, ich hab schon gesehen, dass du dich nicht die ganze Zeit auf den Beinen halten konntest. Ja, ja, ja. Du weißt, trotzdem hat er sein Bestes gegeben. Ich hab das gesehen. Und sonst so? Alles gut bei euch? Jaja, blendend, blendend, Junge. Ganz ehrlich. Ja, ich hab nur ein Problem mit einem, der mir irgendwie stalkermäßig immer schreibt. Ehrlich? Ja. Ach, wie Bild. Der schreibt mir gefühlt jeden Tag und der hört nicht auf. Und wer ist das? Der ist Ulrich. Der hört nicht auf. Selbst nach dem Urlaub macht der weiter. Das ist gruselig. Dann werden wir auch mal mit ihm reden. Ja, bitte. Wo fahr ich eigentlich hin? Ich hab keine Ahnung. Habt ihr noch Pläne? Äh, gerade nicht. Nö. Ich glaube, ich will gleich ins Bett. Ja. Wollen wir bei mir übernachten? In der geheimen, ähm, ähm, geheimen... Was können wir machen? Ja. Kann ich noch kurz anrufen, jemanden? Ähm, ja. Warum fragst du? Äh, höflich. Äh, wow. Ähm, ja klar. Oh, er scheint nicht da zu sein. Ah. Äh, da muss ja niemand anderen anrufen. Hallo, Mr. Laser. Macht, die mir nicht zusteht. Haben Sie den Artikel über sich gelesen? Ich hab das Video gesehen. Und Sie reden über mich, als würde ich nicht verdienen, was ich dort gesagt habe. Sie haben sich schon, also Sie haben schon von sich als, ja, gottgleiche Figur gesprochen. Ich glaube nicht, dass Sie das sind. Sie glaub... W-wiederholen Sie das nochmal? Was bin ich nicht, Frau Bennet? Sie sind keine gottgleiche Figur, Herr Laser. So wie es scheint, musste ich Sie dann irgendwie davon überzeugen, dass es doch der Fall ist. Eine kleine Machtdemonstration wird doch gerade angebracht, nicht wahr? Jetzt gerade? Naja, ich weiß nicht. Vielleicht auch in den kommenden fünf Minuten oder in den kommenden fünf Tagen. Sie sollen bis dahin nicht ruhig schlafen können. Aber Sie sollen sich gewissern, dass irgendwann etwas passiert. Weil Sie mir nicht zutrauen, jemand sehr besonderes zu sein. Ich weiß auch immer, wie Sie mich mit Ihren Augen angeguckt haben. Ich habe doch selbst gesehen, wie Sie mich gemustert haben und gesehen haben, dass ich etwas wirklich in mir habe. Und jetzt widersprechen Sie dem, was Sie vorher immer von sich gegeben haben? Haben Sie etwas in sich oder haben Sie einfach nur mächtige Freunde? Diese Unterstellung, wie jeder versucht, mir meine Kompetenz abzusprechen, ist Teil des Problems. Und Probleme gehören abgeschafft. Wir können ja auch jetzt miteinander sprechen. Ich muss noch meine Aussage abgeben, ich stehe im PD. Nicht im PD. Ich stehe im PD. Irgendwo, wo uns keiner sieht. Bitte? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Ja, das können wir dann ja morgen machen oder so. Gut, dann machen wir das irgendwann mal die Tage. Nicht morgen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn ich heute noch Zeit habe, dann werde ich Sie anrufen. Aber ich glaube, ich werde heute einfach nur mich hier freuen, dass ich am Leben bin. Sag ihr, freu dich, dass du noch am Leben sein kannst. Freu dich, dass du noch am Leben bist. Ja. Ja. Slut. Wie bitte? Ich korrigiere. Sag, doofe Kuh. Du, du, doofe Kuh. Ja. Wirklich? Jetzt leg ich einfach auf. Ich will nicht mehr leben, dass du mir das ins Gesicht sagst. Was? Der Öl. Ich kann ja mal eine Kuh sagen, was ich von ihr halte. Oh. Eine Kuh. Das meine ich nicht, ne? Das weißt du auch. Und dann? Ich werde jetzt auflegen. Ja. Und sie sollen Angst leben. Ich bin sehr gespannt darauf, mal mit dir über diese ganze Sache zu sprechen. Vielleicht doch als kleines Weasel Exclusive. Das mache ich. Ich werde sie auch sofort Paula nennen. Paula. Denn die ist eine Kuh, die macht nicht einfach muh. Das weißt du immer. Das Weasel Exclusive mache ich, stimmt's? Da musst du mit deiner Chefin drüber sprechen. Das, ich habe, ich habe heute den Auftrag bekommen, dass ich das mit dir machen soll. Also machst du das mit mir. Okay. Okay. Ich habe das schon in den Kalender eingetragen. Dann werde ich das auf Vorwand benutzen, sie zu treffen. Dann werde ich einen über den Dill schauen. Das habe ich noch nie bei Frau Bennett gemacht. Aber ich habe irgendwie das Bedürfnis. Okay. Mach alles, was du willst. Okay, komm. Muss noch jemand von euch telefonieren und irgendein Statement droppen? Ähm. Jeder sollte noch ein Statement droppen. Gut, dann ihr beide noch. Okay. Irgendjemand, der euch heute richtig angepisst hat. Okay. Oh Gott. Oder? Passi. Ja. Ich... Ich bin nur deine Schwester. Ja. Hör auf! Ähm... Hör... Warum lacht er, nimmt dich nicht ernst? Warum lachst du, du nimmst mich nicht ernst? Du, ich nehme dich vollkommen ernst, aber worum geht's? Ich... Ich... Was soll ich sagen? Beleidige ihn. Du Arsch! Sag, dass er, dass er Kacke am Mundwinkel hat. Willst du nehmen dir? Du hast Kacke am Mundwinkel? Warum ruft mich Petro jetzt zehnmal an? Ähm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist ein Statement. Okay. Habe ich so wahrgenommen, Schwesterherz. Äh... Ja, ich bin deine Schwester. Ja, wir sind Geschwister, genau. G... Ja? Ja. Gut. Ja, gut. Ja, ähm... Ich melde mich irgendwann wieder. Ja, pass auf dich auf, bau keine Scheiße. Nö, mach ich nicht... Gut. Ach... Ich lege jetzt einfach auf. Mach das! Was denn das so ne' erbärmliche Scheiße, sowas habe ich ja noch nie gesehen. War das... 3. Das ist censibel. die melodie ganz ehrlich ich hoffe jetzt an und beweisen oder wir sind doch freunde oder erste freunde erste freunde weiß doch mal wo ich bei dir zu hause war wo du mir die deine bilder gezeigt hast eine bild von dir und wie es lange herr richtig wie melodie ja das bild was ihr dort gemeinsam geschossen hat was das was über deinen betting wo wir nebeneinander sind was meinst du genau jetzt frage ich dich mein freund empfindest du was für sie oder ist das du ein stepsist oder habe ich was für melodie empfinde natürlich empfinde ich was für sie sie ist meine schwester du legst sofort auf petro du legst wirklich etwas was ist denn das für eine scheiße wir wollten ein statement job bevor wir uns irgendwie richtung bett begeben und ich kann doch nicht der gleiche jetzt ruft hat sie mich an hatte es sich wenn ihr angeht wo ich weiß was ach der ging nicht ran okay dann bin ich dann mit dem statement du musst laut machen ja moment das okay kämpfe ja du bist doch hier vom fb oder nicht ganz ehrlich das fb ihr könnt mich am schlicken ja ich halte zu meinem boyfriend hier jonathan was ich wünsche euch alles glück der welt das ist kein witz mein freund hast du mich verstanden die gegenseitigsten löcher befriedigen das ist mir tatsächlich egal das meine ich damit jetzt nicht wo man rechte hand bin ja auch damit wir werden das system noch mal komplett umschreiben und wir haben mich verstanden kämpel hat mehr informationen folgen noch jonathan mit am raten im interview exklusiv interview bei melodie ich war gerade pissen und musste dabei nicht denken weil ein scheiß hemd heute mit urin befleckt war weißt du noch was ich dir vorhin gesagt was du nicht verstanden hast da ob du ich habe gefragt ob du benutzte spielzeuge gerne magst damit meine ich deine frau bei johann die hatte meine das hat sie aber nicht das was du falsch verstanden hast was habe ich denn falsch verstehen ja er hatte interesse an ihr aber ich habe sie bevor er sie bekommen hat habe ich sie weggeschnappt ach so da war nicht er hat mir er hat mir bilder gezeigt von den beiden im bett ja wo hat sie ein tattoo gehabt stark steißbein steißbein falsch an der linken brust ja linke brust das gleiche ja das steißbein und die linke brust das wird auch sehr nah beieinander auf jeden fall gut ja das wollte ich dir nur sagen und wenn du das nächste mal mit mir schwimmen gehen willst dann sagt das nicht so unterschwellig ja und eine sache noch ja nichts gut das war nicht gut wie macht man das denn geht ihr jetzt euer telefonlisten ja was gibt's versorge weißt du ich kann mich noch daran erinnern als wäre es gestern ich langsam kalina das kleid ausgezogen hat und dann das tatoo linken brust gesehen habe dieses wunderschöne tattoo doch das hat sie gesagt weißt du was ich meine ich bin nicht mehr im gefängnis wie du bist nicht im gefängnis und ich bin jetzt draußen mit dieser macht die ich demonstriert habe wirst du und dein papa du und dein papa so richtig erleben was bedeutet nicht ausgesprochen das ist nicht scheißegal die wird ziemlich traurig mal bereit ist zu richtigen die scheiße und sie will das eigentlich alles gar nicht mit dir und ich halte sie aber nicht in die scheiße und du hast du so gesagt weißt du was passieren wird wir werden jetzt in dem nächsten mal herausfinden wer mehr macht hat und dann lass ich drauf ankommen und so mit diesem selbstbewusstsein wie ich es gerade sage so kannst du dir sicher sein bin ich der am längeren hebel du meinst so wie bei unserem boxkampf wo du geweiht hast von den ganzen leuten du hast geld aber ich ich habe mehr als das ich habe macht und wissen und jetzt will ich dass du dir ein sechs und dabei an meine frau denkst bis dann ich weiß nicht was das gerade war der letzte satz war hat keinen sinn gemacht das ist ja gar keinen sinn das ist ein eigentor oder ich weiß es nicht ist auch egal okay aber schon nicht kennst du winter button warte bald ja den kenn ich ruf ihn an und sag ihm dass das mit fairies treibt dass wir dem richtig zu geben ich habe angst vor dem nein nein sag ihm das ich hab wirklich angst okay der ist also der ist glaube ich nicht mehr reichbar kannst du dann für mich jemanden anrufen und das machen wer was dreimal die 5 9 4 mal die 6 3 und wer ist das ruf mal an besetzt besetzt ist der ulrich kannst du ihn richtig scheiße erzählen dass er nicht mehr leuten auf matchup schreibt ok weil ich ihn erreicht kriege aber er geht nicht dran vielleicht schläft er schon das ist wie telefon streiche hier wie findet ihr eigentlich ich meine krawatte zu dem kleid da habe ich jetzt nicht darauf geachtet also gut ja cool ok also habt ihr keinen mehr nee lass uns schlafen reden ok teilt euch auf ich nehme das sofa johnny ich hätte gerne meine erklärung welche denn naja ich habe hier schon einmal gepennt und die melodie meinte die gehören nicht mir also wir haben drei stück hä ist auch noch vorher noch zwei siehst du ein dreieck wo ist ja was hä was ist das denn ein drei warum fängt die mitte an zu leuchten sie das auch ja mache ich sofort gut ihr müsst jetzt hier rausgehen bis dann hallo ok ja man ich hab gehört du bist ein richtig komischer weirdo der irgendwie lo ja richtig deine wenigkeit aber nix von mir sag ich von mir ja ja bitte ich hab über deine nummer ja das macht mich grad auch stutzig also auf dem zettel gefunden in der mülltonne am stadtpark falls ich freunde brauche kann ich dich anrufen nun habe ich von anderen bekannten erfahren dass du diese zettel verteilt ich will zettel von mir verteilen niemals und was steht auf so einem zettel drauf aber nicht dass ich ein schocker daddy bin und jemand such ist er einer ist er einer ach man ne eigentlich nicht ne also eigentlich wäre er nicht abgeneigt also wärst du rein theoretisch nicht abgeneigt wenn du so einen bestimmten typ hast wen würdest du so beschreiben ja ja also es wäre auf jeden fall eine frau ich möchte jetzt nicht das herz brechen aber es wäre auf jeden fall eine frau wenn ich beschreiben müsste ok aussehen technisch oh hübsch lange haare ja also da fällt mir spontan zwei verdammt hübsche frauen ein naja ja namen möchte ich jetzt nicht nennen ich kenne ja nicht mehr ihren namen also ja das sind zwei nette frauen wo mir das spontan echt einfallen würde mein Name ist Jack Amenshetzen ok ich bin Ulrich Fäberlein finden die Namen raus naja soll er die haare beschreiben oder so irgendwas beschreib sie mir mal ich kenne ich sie ja vielleicht kann ich so ein guter Wort ein so ach so bitte nicht bitte nicht bitte nicht naja das wäre wie ein sechster Lotto ähm ja die eine hat also ja so rötlich orange rötliche haare schön körperbau getroffen habe ich sie leider noch nie ich habe nur ihre bilder natürlich geschaut so in müßel und so also wie man das heutzutage neudeutsch macht ja 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 natürlich ja und die andere und die andere die hat zwei zöpfe die rose den sich die ich sag jetzt kein namen mehr hör mal zu du huchen sohn ja du lässt die finger weg von rose ansonsten werde ich dich finden und fertig machen hast du mich verstanden ich über das thema sind wir schon hinaus tu so als würdest du mich rufen oder so ich glaube ich werde da keine Chance bei ihr haben also von dem her brauchst du keine nehm ich mich irgendwie dass du mich siehst oder so ja das wäre die andere ja also wenn du die gleiche rose meinst wie ich meine aber ich mach dich fertig nein warum denn rufen ich sag hier bin ich ich kann doch nicht dafür dass die hübsch also wenn man mal kurz ich bin ich es ruf mal so melodie hier ich sage nicht den namen sagen ähm wo haben wir stehen geblieben naja übrigens ähm ich habe mich angelogen meine wenigkeit pietro maccarino äh vielleicht hast du von mir gehört ja der name macht klick oh gott ja 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 der name macht klick übrigens meine telefonate werden zurzeit alle vom FIB und IAA abgehört was bedeutet dass du weirdo ne auch in der kartei jetzt gerade sagen die ja sagen die suchen auch nach perversen super suchen auch nach perversen grad ne du bist doch pervers du hast mich nur über das ich denke welchen Leuten auf ähm whistle nach ne ich guck nur was sie da für bilder haben das ist doch nicht verwerflich die schreibt mir fast jeden tag das ist krank die sind hübsch na pietro ne der schwabe ja aber ganz ehrlich wenn du nicht damit aufhörst und ich krieg das mit ne werd ich dich finden dass ich nach den frauen weiter suche oder dass ich die hübschen zwei damen anschaue oder was darf ich nicht mehr tun nicht mehr anschauen nicht mehr liken nicht mehr schreiben ach das ist aber beschissen frag mal ob schon eine geantwortet hat das kann ich dir nicht versprechen also da muss ich ehrlich sagen ist schon irgendjemand darauf reingefallen bei dir wie reingefallen ja und hat dir geantwortet naja klar wo meinst du jetzt wo mir geantwortet ne whistle oder also bitte so schlimm bin ich ja dann auch wieder nicht ich weiß grad nicht wie du aussiehst beschreib dich mal 1,83 groß 43 jahre alt graue haare ein guter mann gut gebaut ja also und dein beuteturchschnitt ist so wie alt nein nein unterschiedlich da gibt es kein ich finde das alte ist nicht wichtig das kommt auf die intellektuell von ich bin 21 alt ist mir egal klar 21 soll sie sein also ja einfach nur aus aber sonst das alte spielt doch keine Rolle hä oder siehst du das anders der ist ja ein richtig kranker heißen sie mit dem nachnamen Laser nein Herr Ofter sag nicht meinen Namen wieso sollte ich das nö wer weiß das jetzt wieder also sie machen mich schon ein bisschen verwirrend hier also ja ne das wollte ich jetzt eigentlich nicht aber naja gut wie gesagt sie unterlassen das ab sofort sollte ich das nochmal mitkriegen ich hab da auch so ein zwei Kontakte in der Stadt ja das ist aber jetzt keine Drohung doch das ist eine Drohung die Telefonate werden aufgezeichnet meinten sie gerade ja gut also gut das ist gut zu wissen ja okay ja ich schreib natürlich den zwei Frauen nicht mehr außer heute nicht mehr vielleicht aber generell nicht mehr generell die Nummern ja die lassen die Nummern die lassen die Post nein sicher ja nein das müssen wir noch ausdiskutieren oh das werden wir Ulrich das werden wir sehr gerne bin ich bereit dazu gib mir mal die Nummer ich hab Angst vor dem der ist ja echt weird ja also der schreibt immer Zwinker Smileys äh dreimal die 5 ja oh Gott oh dir ja gut dann würde ich auch Angst haben ähm 966 ja das ist nicht aufgibt und so bei mir nein das FIB rufe mich an oh nein hey ja hallo hallo hier spricht die perversen Organisation kurzgeschrieben auch Po ja schön ist denn gerade unsere Kartei durchgegangen ah ja super mhm und äh wir haben tatsächlich da wieder was im Angebot für sie äh für mich nein kein Interesse doch 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 äh ich bin schwab ich zahl doch kein Abo für irgendwas wo ich kostenlos kriegen kann ja aber sie haben vergessen halt dann die Probe ähm den Probemonat zu stornieren rechtzeitig deswegen sind sie jetzt gerade in einem äh Vertrag mit uns und äh haben dann die nächsten zwölf Monatsbeiträge zu zahlen ähm ja ja so pass mal auf so wir wissen alle du bist ein perverser du bist so ein kleiner du bist ein lustmulch das hört man schon ey das hört man schon raus danke mach zwinkerspileys du machst ne ne du zwinkerst da gerne auf der anderen Straßenseite mal der ein oder anderen 21-Jährigen zu schämst du dich eigentlich nicht du perverser haha ja okay du kleiner sitzt da rum und so und guckst du mal den Frauen auf den Hintern so jetzt pass mal auf das war gerade hier alles nur Fassade okay ich und meine ich und meine pervert ähm enemy association werden dich suchen Rose-Dimit-Nin und dich finden und dann werden wir dir den Chaos machen hast du mich verstanden? wie schlagen dir die Fresse ein? ja wenn man das mit Gewalt lösen möchte gerne also ich finde das noch nichts Verwaltliches was ich gemacht habe aber gerne können wir das ausdiskutieren und dann kriegst du eine richtig vom Dülz hast du mich verstanden? auch kein Problem okay dann mach dich mal bereit du wirst ab sofort unterlassen irgendwelchen das ist mal im Hals los irgendwer irgendwer ganz ruhig nicht dass es aufs Herz geht nicht dass es aufs Herz geht ganz ruhig nicht dass es aufs Herz geht ganz ruhig das ist der Hände bestimmt ist halt okay ist okay bis dann irgendwas ist mal im Hals what the fuck Elon hat schon fragt Melodie oh alter irgendwas ich weiß nicht ist mein Hals irgendwie komisch also nicht heute sondern erst ab jetzt oder so keine Ahnung also das hatte ich ja noch nie okay müsste jetzt weg sein ganz ehrlich oder so der hat gesagt er möchte mich heiraten oh mein Gott oh mein Gott ganz ehrlich ja okay ich ruf Ulrich an ich rette sie ich muss ihn anrufen ach ich Jonathan ist im Stimmbuch ja hallo ja Jonathan ist im Stimmbuch geht's dir gut ja mir geht's gut warum das ist ein bisschen seltsam ich wollte wissen ob es dir gut geht bei mir ist alles Paletti wieso wie geht's dir denn richtig großer Mann bist du gut ich hatte nur das in den Nachrichten gesehen mit dir ja ich bin jetzt ein übler Terrorist ja ich bin gefährlich ich weiß es ist gerade nicht passt gerade nicht gut ich wollte eigentlich nur wissen ob du noch lebst ich höre erst auf zu atmen wenn auch du ähm am Sternenhimmel von der Santos erloschen bist ich? was hab ich denn gemacht? ich mach das immer noch hinterher du was? wie bitte? du hast immer noch hast du noch einen nice and ass? ich rufe an weil ich wissen möchte ob du überhaupt noch lebst und ich wollte und das ist das erste was du sagst? ja ich muss auch fragen ob du noch einen nice and ass hast oh was Jonathan das ist unangenehm bitte hör auf gut ich weiß jetzt Bescheid ich freue mich dass du noch lebst auch wenn du es wahrscheinlich nicht verdient hast wir können ja mal zu einem Zeitpunkt telefonieren wo es ein bisschen besser ist ja mit deiner Stimme meinst du? ähm ne ich hab gerade nur ich hab gerade keine ähm ja ne was ist denn mit der ist doch auch egal jetzt ähm ruf mich einen anderen mal an ich ruf dich an okay? vielleicht können wir auch alles aufarbeiten und reden ne Menge Missverständnisse beiseite ne ist schon okay ich wollte nur wissen ob du lebst alles gut viel Spaß ja dann fick dich Gigi weißt du was hab ich gerade gesagt hab war eh nicht ernst gemeint du stinkst nämlich lach mich nicht aus bis dann oh das ist so peinlich ich telefone mit keiner mehr heute was ist denn los mit dir? ich weiß nicht meine Stimme soll ich jetzt noch den Ulrich anrufen oder nicht? ja ja okay ja was soll ich sagen? dass ich auf den stehe? wir könnten ihn in den Fall locken du kannst doch nicht ihm das geben was er will obwohl er ein pervers ist okay wollen wir ihn dann nicht soll ich nicht sagen wir treffen uns irgendwie am Dienstag und dann macht irgendwas was er aus dazu ja das können wir machen weil er will Rose heiraten what the fuck echt? ja und der andere aber und sie will nicht oder was? sie hat nicht geglaubt dass er ein pervers ist ich rufe ihn jetzt an okay er telefoniert ist mit Rose aber der schreibt mir trotzdem die ganze Zeit ich heiße solche Leute ne die auch sofort dann in den Gesprächen auf dieses äußerliche ach so widerlich du gehst nicht aufs äußerliche was? du gehst nicht aufs äußerliche Fragezeichen äh wo denn? ah nimm mir mal ein Gespräch ja schachmatt so hat noch jemand irgendwas geklappt? ich kann dich nicht ernst nehmen oh okay warte er ruft an hallo? äh hallo Ulrich äh ja wer ist da? äh haben wir nicht mal wir haben doch schon miteinander telefoniert oder? das wär mir neu was? du weißt nicht wer ich bin ne ich dachte er schreibt nonstop ja weißt Ulrich du schreibst mir fast täglich ja wenn ich jetzt sag ja das kann sein aber ähm weißt du denn nicht wer ich bin wenn ich sage du schreibst mir fast täglich äh ich ich vermute schon aber jetzt machst mich ein bisschen verlegen äh mit dem Anruf hab ich jetzt einfach nicht gerechnet ähm ha der hat voice crack habt ihr gehört also auf den Bildern eine hübsche Frau also also da macht man sich nicht drüber lustig ganz ehrlich ja also weißt du also also weißt du jetzt schon wer ich bin äh äh ich vermute ja oder schreibst du auch anderen Frauen täglich dass du es nicht aufhörst den zu schreiben und dass du immer wieder hoffst wenn du auf Whistle gehst dass du denen das ich geantwortet hab ähm ne ne das schreib ich bestimmt nur einer gerade ok dann weißt du ja wer ich bin ja freut mich von dir zu hören aber ich hab die Befürchtung du hast mit dem Petro zu tun gehabt heute schon kann das sein ne na gut na alles gut das hab ich vielleicht eins und eins falsch zusammengezählt wer ist das? sag der hat mir gerade gesagt ich soll das unterlassen jemanden auf Whistle zu schreiben also ok ne keine Ahnung ich kann nicht so viele Leute ok na hab ich nochmal hi wie geht's dir? ja ich bin ein bisschen müde aber ähm du hast mir du du spammst ja regelrecht ähm mein Whistlepost wacht so deswegen ähm sag ihm das nee das so soll es nicht rüberkommen aber ich ich wollte halt den Kontakt nicht verlieren sag ihm das du vor dem Schlaf und gehst nochmal seine Stimme hören wolltest das war nie der Fall und da dachte ich da bleib ich eisern ich bin Schwabe ich glaube das ist ein Fehler der Ruf was soll ich verstehe ja ja gut gut zu wissen ja nee das hat mich jetzt geworfen sag dass du in deinem Schlafzimmer bist und du hast die drei Zähne loszustehen soll ich dir nicht mehr schreiben also wenn du mir das sagst ich bin also wenn eine Frau das zu mir sagt dann mach ich das ähm nö alles gut ich ähm wollte nur auf Nummer sicher gehen und ähm dir nur sagen äh ich lese das alles du beauftragst und okay und dann ist es doch wieder in Ordnung sag mal was willst du eigentlich das ist schön fände ich gut ey ja aufmerksamkeitsgeil das ist immer das gleiche dann ist doch gerne ich nochmal schreibe oder so oder so ja aber ich werde dir nie wieder antworten ah ok ich werde dich auch nie wieder anrufen das ist aber das ist aber schade ich sehe zwar gut aus aber in Wirklichkeit bin ich die krasseste Bratze die du hier kennenlernen würdest ich würde den Trauben jeder Frau von dir zerstören das äußerliche passt nicht mit meinem innerlichen zusammen ja aber da du meinst also also ich höre jetzt deine Stimme und bin jetzt mal noch nicht so ganz wohl sagt ne boah ne also bist du bist du schon sympathisch meinst der Charakter wäre dann so na das kann ich mir nicht vorstellen Ulrich hast du viel Geld? äh definiere viel über 100.000? ähm ich nein über 50.000? ja das müsste hinkommen ok gut ähm wieso? es ist ein Kriterium also wenn wir das also wenn du dich mit mir treffen willst dann musst du mir 10.000 Dollar geben oha ja 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 im Sinne von ja nein da muss ich jetzt auch mal schlucken hey ich bin Schwabe das muss gut anüberlegt sein ob ich so viel Geld dafür so für ein wow das bin ich dir nicht wert wow so war das jetzt also wow Melody so war das nee 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 aber da muss ich ja was ist denn dann da alles inbegriffen bei den bei den CK also nur ein Gespräch anfassen na wir gehen was im Pearls Essen einfach am na hier am Pia sag anfassen und dann können wir Händchen halten Händchen halten oh 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 ist ist nicht ganz wenig ja sag und und mehr und mehr ja darf ich das nochmal überlegen auch mehr sag und mehr also Rose bitte ich bin gleich bitte was aber was sie steht neben mir ja wer ist denn Rose äh ja Melody das ist jetzt schwer zu erklären hast du ne Freundin nein hab ich nicht wo ist er denn gerade wo bist du denn ich bin im Recreation Center wo bist du okay wollen wir da mal hinfahren ja da bin ich am Arbeiten ach du arbeitest da ich bin Bestatter ja oh ja okay ja dann tut es dir vielleicht mal gut Leben da zu berühren ja das ja bestimmt also die sind immer so kühle wo ich bisher in der finde ja ich bin warm ah okay ja der 10k ne warme Frau berühren Alter Melody du machst mich jetzt da ein bisschen in die Zwickmühle ja dann wie gesagt sag halt wenn ich dir das nicht wert bin doch bist du mir aber das ist halt schon viel Geld also Jack hast du ein bisschen Kleingeld ich mag keine Männer die nicht wissen was sie wollen ok oh ne ist weg auf was ich will das weiß ich schon also ja aber ne ich möchte schon Geld ausgeben Jack jetzt aber 10.000 ist halt echt schon eine Hausnummer aber darf ich dir nochmal anrufen oder wenn deine Antwort ja ist ja gut okay mach ich gut bis dann Jack oh god Jonathan ich kann das doch nicht sagen du der will für 10k eine warme Frau anfassen weißt du was das für ne Psycho ist oh mein god ich kann das nicht du kranke ich schwitze du kranke das ist ein unerminär das war wirklich unangenehm du bist doch krank warum will er das warum war er verlegen ihr helft mir doch oder auf gar keinen Fall ich hab diesen Fall ich geb dir 1000 Dollar nein wenn er sich trifft mit mir für 10.000 dann kriegt jeder von euch 3k davon okay ja warum nicht aber ihr müsst mir dann irgendwie was helfen bitte ich is mein Kopf don't eat machen wir so okay wir gehen jetzt nicht dahin wir lassen das jetzt ruhen alles klar wer arbeitet als Bestatter und Regulations dann lege ich mich schlafen Leute ja ich mich auch ja ich auch okay bis dann ich muss dann kurz anrufen Jonathan was hast du mit Poppy gemacht nix was hast du mit Poppy gemacht nix hab ich mit Poppy gemacht was soll ich mit Poppy machen weil die halbtot ist verfickte Scheiße was hast du mit Poppy gemacht die war zuletzt mit dir unterwegs die wie die ist halbtot was hast du mit ihr gemacht ich hab nix gemacht du kennst mich ja deswegen ruf ich dich an und frag was du gemacht hast das ist so eine Frechheit dass du mir sowas unterstellst du bist meine Anwältin wir haben zueinander eine Vertrauensbasis willst du die grad damit ein bisschen willst du die schwächen wie kann man nicht schwächen weil das ist gerade privat und nicht beruflich privat habe ich dir nichts zu sagen privat hast du dich für jemand anderen entschieden ja ich wollte es nicht ich wollte ist ja auch jetzt egal ist ja wirklich egal ich schwör mir dass du nichts mit Poppy gemacht hast ja hoch und heilig okay alles klar hey du kannst mir vertrauen okay also bei dieser Sache bei dieser einen Sache habe ich wirklich keine Ahnung wovon du sprichst okay gut alles klar glaubst du mir ja ich glaub dir okay alles wieder gut ja wenn also aber was ist denn mit Poppy los wie denn halb tot was ist denn passiert ja dann hat sie anscheinend einen Unfall gehabt scheiße wo ist sie denn zu Hause aber ihr geht's gut wird umsorgt ja hier geht's gut oh Gott sei Dank soll ich vorbeikommen zu Hause nee warum wo ist denn zu Hause eigentlich bei ihr in dem Haus ne ja natürlich in dem Haus da wo wir auch das letzte Mal waren siehst du ja na klar boah neun bei Flappy Bird ganz ehrlich okay ich hab's ja gesagt ich hab's ja heute woanders gib ihn Küsschen von mir mach ich und sag dass wir telefoniert haben du mit ihr oder ich jetzt mit ihr wir beide einfach oh wir beide also von mir alles Gute in ihrem Haus bis dann ja mach ich ciao ich hab's gesagt okay gut okay ich wusste ich kann auf dich zähnen ich hab's auch gesagt ja oder ja ja kannst du auf mich zählen na klar ja bis dann ja 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 ich pack gleich die Snacks aus wir gucken mal den Fußball wie viel hat Portugal gegen Türkei jetzt gespielt 3-0 oder was 3-0 verloren alle arme Foki aber die sind ja noch aber einmal bis hier ist doch gewinnen da sind die doch drin na gut sind wir ehrlich EM Meister ja weniger aber alles andere vielleicht 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 ach den final ich hab auch nicht so viel Ahnung von Fußball ne muss ich auch sagen ich weiß nur dass äh ja ich hab auch nicht so viel ja ja ich hab auch nicht so viel